Das ist der Fernandes-Versilla mit einem Zuckenstart. Die Schlüpfe mit Helmplatten, weissen Schirrn, aber jetzt kommt Brent Lakatos stark ab. Der Kanadier in roten Helm, jetzt zeigt er seine ganze Klasse. Brent Lakatos, schon oft hier in Old Ville zu Gast und jetzt hat er die Führung übernommen. Der Kanadier, Klasse Rennen. Der aktierende Wettbewerb, Cornwallis 46, Heim 60, ist hier wohl nicht in Gefahr, aber wir können uns hier etwas daran orientieren, was das bedeutet, seit Brent Lakatos hier in den Zirn. Anscheinend ist Brent Lakatos, Neblinz und bei Sylv 14. Der Kanadier, Klasse Rennen. Der Kanadier, Klasse Rennen. Der Kanadier, Klasse Rennen.